Zurück in Final Fantasy 7 Rebirth. Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zum Let's Play. Wir sind auf der Suche nach einer alten, geheimen Stadt der Cetera. Wir sind hier durch diesen komischen Marco-Wald, Lebensstrom-Wald gelatscht. Aerys ist nicht mehr bei uns. Die ist vorgelaufen mit ihrer wichtigen Materia. Und deswegen habe ich das Team auch nochmal angepasst, weil Barret ist jetzt dabei. Und Yuffie habe ich noch mitgenommen. Und ja, so muss es jetzt auch erstmal funktionieren ohne Aerys. Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Willkommen zurück hier zum Let's Play. 126. Mal gucken, was wir erleben und wie die Stadt aussehen wird. Also viel Spaß mit der heutigen Folge. Wenn sie euch gefallen sollte, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Spaß habt beim Zusehen hier immer noch. Nach 140 Stunden schon. Ist das ein großer Baum? Ah, da unten ist das ein Gebäude. Oh ja, das sieht eben ein bisschen ähnlich aus, wie ich es schon mal kenne. Hier versammelten sich die Cetra, um ihre Gebete zu sprechen, in der vergessenen Stadt. Dass ich mal herkommen würde. Die vergessene Stadt. Sind wir hier richtig? Das sind wir. Hm. Ich bin mir ganz sicher. Das hier ist sie. Die vergessene Stadt. Sie war das kulturelle Zentrum der Cetra. Opa hat mir mal von ihr erzählt. Dieser Ort schreit förmlich, Altar. Also Aerys muss hier sein. Okay. Dann lasst sie uns suchen. Na, sieh mal einer an. Die Viecher wollen sich doch bestimmt wieder einmischen. Aber seht doch. Ja. Schwarze Mäuren sind keine Hüter des Schicksals. Sie sind Sephiroth's Handlanger. Beeil dich, Cloud. Was soll das? Nein, das... Der Meteor. Sephiroth. Gut so. Beide, Aerys. Sie ist nah. Die Verschmelzung der Welten. Die Reunion. Wenn Kummer und Hass erstarken. Und den Planeten nähren. Die Reunion. Oh, Gott! Aber dauernd ist der Weg ein wenig beschwert hier. Okay. Da sind auch weiße Mäuren dabei, die jetzt wieder gegen die Schwarzen vorgehen wollen. Die Hüter des Schicksals gegen die Zerstörer. Ja. Die Weißen mögen uns auch nicht? Das ändert sich bald. Okay, jetzt greifen wir uns die Weißen mit mir an. Und Schiff was? Finis. Okay. Sehr gut, sagt er. Jetzt meine Plasma-Einladung starten. Ich hatte mich aber verbrochen. Ich bin eine Sau. Man kann nie wissen. Ja, zick. Wurde schon angedeutet. Übernimm mal. Zieh dich zurück. Ja, komm schon. Er hat keinen Balken gerade. So. Ich habe schon Vorarbeit gelassen. Ich präsentiere Jufi-Plikation. Ja. Doppel-Doppel-Jufi. Das ist immer eine gute Sache. Schockanfällig. Wir machen nochmal eine Synchrofähigkeit. Gegen die. Immer noch nicht. Dann. Dann zeig mal, was du kannst. Ja. 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 Dann übernimm. Schon gut. Ich hol noch was raus. Barrett holt nochmal was raus. Mit Wut heimt man sich nicht. Ah ja. Rackstück. Ich seh dich. Ich durchlöcher dich wie ein Sieg. Los, gib alles. Ich bin zu dienen. Ich bin zu. Nimm wie ein Schoko. Hab ich dich. Lieb von dir. Ich mach das genug. Okay, die hätten wir. Beim Remake am Ende haben wir gegen schwarze Mäuren gekämpft. Jetzt kämpfen wir hier gegen die Weißen. Eris. Wie kommen wir da denn nur durch? Ich weiß schon, man muss nur die magischen Worte sagen. Lehnchen, Papa, legt los! Und dann durch! Ach so. Ich kasse, sorry. Eris. Das ist wieder genau so ein Portal wie auf der Schnellstraße. Da sah das auch so aus. Cloud. Geh. Danke, Vince. Alle anderen bleiben draußen? Mist. Heiligtum des Planeten. Oje. Wie das da unten aussieht. Wenn einem das alles schon wieder so bekannt vorkommt vom Original. Da unten das Ding. Oje. Dann weiß man, was kommt. Cool. Das wusste ich nicht, das kommt. Keine Waffenkisten hier noch im schönen versteckten Tempel. Vergessenen Tempel. Okay, wir fahren weit runter. Einiges sieht hier so aus, als wäre das auch teilweise ein bisschen unter Wasser gewesen früher. Weil einige Bauwerke hier sehen so korallenmäßig aus. Aber keine Ahnung, ob das mal Wasser war. Bisschen größer als in meiner Erinnerung. Aber ist auch lange her. Letzte Vorbereitung. Eris betet am Altar, um Sephiroth Einhalt zu gebieten. Du solltest dich gut vorbereiten, denn von nun an gibt es keine Gelegenheit zum Rasten mehr. Ja. Gut. Ist dann halt so. Und Cloud ist alleine. Hier die Punkte müsste ich alle vergeben haben, oder? Einer hat nur gedacht, dass es 15 und hier 20 Punkte. Da könnte ich nochmal reinklicken. Cloud hat 15. Schaden von Synchro-Fähigkeiten könnte man noch erhöhen. Schaden bei Gegnern im Schockzustand wäre auch nice. Erhöht die Aufladung der Limitleiste bei erfolgreichen Blocken. Konterschaden in Offensivhaltung. Erhöht die Aufladung gerade bei ATB-Leisten beim Angreifen und beim Blocken. Beides. Dann nehme ich doch das noch mit hier. Kostet 15 Punkte. So. 5. Da gibt es nichts für. 10 Punkte für tiefer. Erhöht die Aufladung. Also das ist schon freigeschaltet. mit MP Maximum. Leibwache. Leibwache. Leibwache ist doof. Das war's. Ares ist nicht da. Da könnte ich noch 15 Punkte vergeben. Supi. Was hat Red anzubieten. Das sind alles Konstellationen, die nicht so vorkommen. Mit Barret wäre halt ne Synchron nochmal gut. Hier ist mit Barret. Phantom Biss. Den könnte man noch mitnehmen. So. Ich glaube, jetzt bin ich erstmal durch, oder? Was war das? Was war egal. So. Das sind die letzten Punkte, die man noch vergeben kann. Deswegen musste ich mir da kurz mal die Zeit nehmen. Sorry, Leute. Gehen wir mal rein. Das ist also wirklich schon das Finale des Spiels. Also was die Story angeht. Hier drin sehe ich kaum schwarze Mäuren. Das meiste alles Weiße hier. Okay. Sie kennt das Gebet nicht. Ich warte an euch. Ich möchte die anderen beschützen. Sie bedeuten mir so viel. Sagt mir, was ich tun muss. Ich flehe euch an. Ich nehme dich also. Aber ich muss sie mir kurz. Ich muss mich zuerstellen, weil ich das nicht mache. Ich muss sie mir an. Ich muss sie mir aufholt. Ich muss sie mir abholt. Ja! Ah! 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 Saffiris! Saffiris! Geh! Ah! Geh! J...? Haha- Okay Das ist ein neun War ja klar Ach, ich dachte, wie spielt jetzt jetzt mit die andere Gruppe oder so einen Scheiß? Oh, die andere Welt. Das ist es, wie wir es kennen. Also für die Leute, die das Original kennen. Okay. Mhm. Sei nicht traurig. Und täusche keine Wut mehr vor. Du hast überhaupt keine Gefühle. Aber das ist doch eben gar nicht passiert. Es wird alles gut. Er hat doch eben geblockt. Und dann ging das Ding daneben. Eris. Du hast es geschafft! Eris! Nun denn, beginnen wir. Die Welten verschmelzen und ihre Emotionen mit ihnen. Dunkle Gefühle wiegen schwer. Sie saugen die kleinen Freuden auf und verwandeln sie in Wut, Trauer und blanken Hass. Spürst du, welch große Wellen sie schlagen? Warte hier. Doch dir bleibt das alles natürlich verborgen. Halt's mal! Halt's mal! Hm. Denn du bist nichts als meine Marionette. War da nicht unrecht, ne? Eine von vielen Marionetten. Gendo war das Leben. Warum ist bitte Red jetzt in der Gruppe? Wollt ihr mich verheißen? Das hab ich nicht ausgewählt. Ich will Yuffie haben. Hand für mich! Aber das war das Falsche. Schallwellen wollte ich. Ja! Ja! Und Schiss! Ja! Nichts überstürzen. Ich regle das! Mehr geht nicht. Ja! Dein Job! Hier kommt Barron! Auf die 12! Hier bin ich! Kommt hoch. Ha! Ha! Das tut weh! Da geht noch was! Schön, alle Kugelschläge. Ich dann übernimm. Er hat mein Bestes geben. Na, auf die Nuss! Was soll der Scheiß? Vergiss jetzt! Bio? Na schon. Kommt Barrikade. Kannst du übernehmen? Jetzt ist recht. Das war's dann. Fertalzare aus, was? Nein, wollte ich gerade aussitzen, dass das Schock einfach nicht so ist. Jawohl, geschockt. Ausgerechnet jetzt. Ausgerechnet jetzt. Oh, der Bell fliegt rum. Hä, die anderen sind weg. Ja, genau, lasst das. Ja, genau, lasst das. Okay. Alles okay? Ja. Genova sind ein bisschen dritter geworden. Natürlich. Dreckstück. Ja. Ja. Wow, 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 wow. Der hat geballert. Du hast kurz verschnaufen. Zieh dich zurück. Kurz verschnaufen, hm? Nichts überstürzen. Sicher, sicher. Ja. 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 Nein, jetzt hat er... ... Ja. Geschockt. Hau rein! Ja. Nein! Kopf runter! Ja. Die Laser machen dir eine neue Frisur. Tiefer und käten nicht dein Ernst. Kate hat keine Ausrüstung. Also mit keiner Ausrüstung meine ich wirklich gar nichts. Ja! Jetzt geht's los! Zu Boden! Zack! Abschlagen! Besser vorsichtig! Ja! Nicht mehr! Perfect! Aha! Ja! Ich zieh mich zurück. Okay, los geht's! Das darf man nicht sein! Mein Arm ist heilt! Ja! Tada! Das haut ab! Alles klar! Dann komm mal her! Wechseln wir wieder die Gruppe? Barrett und Red jetzt? Oh Gott, dieses durchgewechselt ist schlimm. Bereit! Na okay! Na klar! Jetzt gib's aufs Maul! Ja! Und zwar mit Schnackens! Da geht noch was! Ja, schießen halt wieder das Geben weg! Zuleißen lass ich mich nicht unterkriegen! Fühl mich wie neu geboren! Nicht so nah! Klein Cut! Spann dich schon mal! Blöd Spiegel da! Es haben so viele Laser angeflogen von den Dingen! Nein, nicht ab... Nicht abbrechen... Also... Unterbrechen hier! Ja, super! Beim Heilen unterbrochen! Das gestummt kann nicht mal heilen. In die Pfoten gespuckt! Das! Angriff! Nimm das! Hey! So! Linker Flügel zerstört! Jetzt auf den Kopf! Auf den Kopf gehen! Komplett! Stimmung? Nee, nee! Kopf! Ah, der macht aber auch Damage! Na gut, wenn du sagst! Nicht gut! Ja, nicht auf dich! Hat er mich schon wieder bei Heilungen gebrochen? Das war's! Und er hat mit Klauen eben Heilungen auf ihn gemacht! Nee, du kannst doch nicht jedes Mal Heilungen unterbrechen! Ja! Und voll geheilt! Leben wieder weg! Nochmal kurz ne Pause! Jetzt gibt's ne Lehrstunde! Nicht normal! Nochmal, verbrochen. Und jetzt. Immer schön unterbrechen beim Heilen. Das mag man. Kopf zerstört. Ey, Yuffie, du bist tot. Nee, du nicht. Der hat noch Leben. Alle? Rufen ihn? Okay. Wieso denn mit Kate? Mach doch Kate da weg. Ey, diese Team-Zusammenstellungen sind aus der Hölle, ey. Ohne Witz. Alter, was da für ein Schaden durchkommt. Wieso kann ich keine Gegenstände benutzen? Weil er noch nicht so aufgeladen hat. Laut ist schon wieder so gut wie in den Arsch, ey. Ausgerechnet jetzt. Ja, gut. Sag das nächste Mal Bescheid, wenn's brenzlig wird. Jetzt ist Schleife. Pfote in Pfoten. Ich kann mich nicht verlieren. Ich bin nicht beliebt. Gerade wieder beliebt, wird er wieder hochgehoben, ey. Du machst gerade das. Das kann nicht sein. Ich bin nicht für ungut. Jetzt ist Cloud wieder tot, äh, äh, Jufi wieder tot. Nein, wie gut. Das war ja wohl übertrieben. Das war's. Und tschüss. Jetzt oder nie. Schon ganz fällig. Da kommen permanent Sachen angeflogen, ey. Und ich muss mit dieser Scheiß Kuppel spielen. Ich geb nicht auf. Ich hab mir meine Gruppe vor dem Kampf zusammengebaut. Die will ich auch gerne auch benutzen, ey. Und nicht sowas hier. Was? Darf jetzt nicht schlaff machen. So, Barret kann mal in meine Gruppe jetzt rein, ey. Der steht da rum, der macht nix. Und ich darf ihn nicht benutzen. Auf ein neues. Du musst das beenden. Ja, ich hab, ja, okay. Zum Heilen, das ist keine, keine Punkte mehr. Keine, keine MP mehr. Weil die mir so eine scheiß Gruppenzusammenstellung geben, ey. Was, was packt ihr denn, ey. Ich wähle am Anfang meine Gruppe aus mit Barret und Jufi und dann packen die mir Kate noch irgendwie mit da rein. Was ist denn das? Frag doch, wem ich da haben will. Das ist die, was ist das für eine Scheiße? Aktuelle Kampfphase, Neubeginn. Ja, von mir aus. Wenn ich dann wieder volles Leben hab. Naja, toll, ey. Ein Leben und das da, ja. Okay, also... Das ist doch nicht Neubeginn. Die Kampfphase. Das, ich hab doch immer wieder kein Leben. Lär doch das wenigstens auf. Ey, ich bin mit dem Kampf nicht zufrieden, weil die mir diese komische Gruppenzusammenstellung geben. Weißt du? Ich hab Nick hier, wie heißt der Kater da? Den hab ich noch nicht mal ausgerüstet, weil der nicht zu meiner, zu meinem Team gehört. Ich mach in der nächsten Folge weiter, aber es ist schon fast das Finale. Mal gucken, ob wir danach noch einen anderen Kampf haben jetzt bei Genova. Naja, wir müssen, ich muss mit dieser Scheißgruppe zusammen, äh, zurechtkommen. Das will das Spiel jetzt von mir, kann ich nichts ändern. Weißt du, wozu baut man sich Gruppen zusammen, die man gut aufeinander abstimmt mit den Materia, wenn man die nicht nutzen darf? Das ist doch bescheuert. Also Leute, bis zur nächsten Episode. Haut rein, ciao, ciao.